So, wie die Uhr läuft. Liebe Freunde, ich wünsche allen Menschen ein gesundes neues Jahr 2022. Ich, als Bürger von Deutschland, als Mitglied der Werteunion, wünsche mir ganz klar, dass unsere Bundesregierung nicht durch Inkompetenz und Panikmache glänzt, sondern durch Klugheit. Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Weitblick, Fürsorglichkeit glänzt und endlich Politik für uns Bürger macht. Und Anfang des Jahres jetzt auch entsprechend gleich loslegen für Deutschland und das machen, wofür sie eigentlich bezahlt werden. Sie haben alle ein Amtseid abgelegt. Ja, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widme, in seinen Nutzen mehreren Schaden von ihm wende. Punkt, 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 Punkt. So wahr mir Gott, helfe. In diesem Sinne, erlegt los und zeigt, was ihr könnt. Peace and respect for all cultures. Euer Michael Erdogan.